willkommen zu einem weiteren video von mir und zwar möchte ich heute nur etwas zu diesem kreatin explode von olym sagen und zwar habe ich das auf jeden fall getestet über längere zeit geschmacklich ist auf jeden fall sehr gut wirken tut es auch also es erfüllt seinen sinn und zweck kraftsteigerung ist auf jeden fall extrem da also zumindest bei mir so es lagert auf jeden fall viel viel wasser ein und was mich so an dem ganzen stört ist zum einen dass es zwar hier steht made in eu ist aber dennoch in polen abgefüllt wird abgefüllt hergestellt was auch immer ja und ich stelle mir da die frage ob das wirklich reines creatin ist ob das eventuell gestreckt ist wenn wir hier auf die zutaten liste gehen haben wir sechs verschiedene kreativen sorten stets matrix 6 strong blend hier die milligramm anzahl ja taurin ist auch noch enthalten wie gesagt wirken tut es auf jeden fall bei mir hat es jedoch aber erhöhte leberwerte gesorgt warum kann ich mir nicht erklären wirken tut es auf jeden fall ich steig auf jeden fall auf deutsche produkte um wer es testen mag ganz auf jeden fall testen es wirkt auf jeden fall sehr sehr gut ihr sollt auf jeden fall viel trinken bei mir hat es aber dennoch für erhöhte leberwerte gesorgt und deswegen werde ich es auf jeden fall nicht mehr benutzen das war es dann auch schon vom video wenn euch das video gefallen hat dann lassen da ich da lassen abo da und sehen wir uns im nächsten video peace